Summendarm Ja, ich hab schon gepullt Willkommen zurück Einsatz Äh, jetzt kannst du pullen oder ist mein Ja, hab ich schon Riever, Requiem des Ruptor-Satellit ist in Position Bereit zum Herausziehen des Apex-Ziels Übermittele Koordinaten des Uplink-Terminals Macht den Dimensions-Disruptor-Einsatz bereit Ja, bitte Frage, und zwar schicke ich dich mal in Discord Kannst du, Blatt Warte, mach nicht diese, hallo Oh, scheiße, warte Ich bin gerade im Zombie-Modus, Bruder, was brauchst du? Später, später, guck, guck dir später einfach an Ich seh es, Rubin um Cheffreias Ja, ja, genau Das Ding ist, für die Previews, die wir machen Kannst du auch irgendwie sowas ähnliches machen, wie die da haben Mit so einem Rahmen gedöhnt Äh, animiert oder was? Ne, das, das drinnen da ist, ist ja das Screen Aber halt so, Umrandung und so'n Scheiß, weißt du? Ich, man könnte es eventuell hinkriegen Nur die Animation wäre Ja, ja Muss ich probieren Es ist ja keine Animation, das ist nur das Beispiel Weißt du, was wir eigentlich nur brauchen? Wir brauchen nur diese Umrandung, fertig Ja, genau, ich meine die Umrandung Dann lass mir mal was einfallen, okay? Ja Wäre halt ganz geil für unsere Prüche Ich bin kein Designer, Bro, aber nicht, dass du enttäuscht bist Am Ende, ich versuch's halt Ich schäme mich dann immer ein bisschen Der Versuch zählt alleine schon Weißt du wie? Genau Und so lernt man halt, weißt? Und wenn's am Ende scheiße aussieht, mein Gott, ich nutze's trotzdem So, I don't care Ich muss gucken, ich muss überlegen Ich muss, ich bin ja kreativ manchmal Alles gut Was sind Design Was für Designfarbe haben wir bei Livario? Er ist so blau Blaulicht Du hattest so'n bläuliches Bläuliches, ne, so Ja, okay Du weißt halt nicht, ob du das ändern möchtest nochmal Keine Ahnung Nö, ich find das mega Ich find unser Ich find das Ist das beste Logo, was ich bis jetzt gemacht hab Dieses bei Discord vor allem Ich hab das leider nicht mehr alles Warum auch immer Aber ich hoffe, ihr habt das Nö Das Icon hab ich, ja Aber das sieht nicht HD aus Nicht schlimm Also ich find das Discord hab ich mega gemacht Find ich mega cool Ja man Also kann man nicht meckern Ja Ich hab das dir bestimmt geschickt Bei Chat ist es irgendwo Safe Ich hab hier das Logo in Klein Und das Ah, ich glaub Melissa hat das Der hat doch gefärbt, weißt du noch Und, und das Icon hab ich da Für den Klienten Ich glaub Melissa hat das doch gemacht Damals gefärbt, wo ich dir das beigebracht hab Irgendwo muss Irgendwo haben wir das Aber das brauch ich ja eh nicht Einfach nur so Das kann ja so bleiben Geht ja nur um den Rahmen Das ist ja Das wird ja eh was anderes Infiziertes Ziel beseitigt Beseitigt Bleiben noch zwei Ja Bring es Du Ende Untoter Tod Kurz Ich hab mir schon blöd Bedrohung ausgeschaltet. Wegpunkt markiert. Bewegung. Doppelte Punkte. Wegpunkt markiert. Bewegung. Ich kann selber nicht machen, oder? Mach dich vom Acker. Ey, Junge, Hilfe. Schwing deinen Arsch hier rüber. Ben. Warum hilft denn der Sch... Warum hilft denn der nicht, Ollum? Feind ausgeschaltet. Das hat uns, treffen wir uns, Valentine, oder was? Helfen auf die Beine. Wurde getroffen. Danke, Kumpel. Bonuspunkte. Na, Alter. Na? Ich hatte mal 30.000 fast. 30.000? Hatte ich fast, ja. Machst du immer noch... Ja. Mach ich gerade, ich mach gerade Video. Doktor spürt nach der Aktivierung Apex-Ziele mit hoher Ätherium-Konzentration auf und reißt sie aus dem Dunkeläther. Drücken Sie es, sobald es hindurchkommt. Die Horde erhält Befehle von hochrangigen Apex-Zielen wie diesem. Verbindung etabliert. Systeme normal. Mh, du... Das mit Robux wäre schon cool. Eigentlich. Mh. 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 Was ist hier los? Mh. 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 Mein Schmerz ist vorbei. Du hast mich befreit. Ich stehe dir zu Diensten. Das Ding abzulehnen wäre auch nicht besser. Mama? Ich guck kein Anime, leider. Ich mag das nicht. Doch, Dragon Ball. Dragon Ball? Dragon Ball ist ein Ani? Doch. Nein. Der fuck deine Mutter? Mama, ist Dragon Ball ein Anime? Es rennt davon. Es hinterlässt eine Energiespur. Folgen Sie ihr. Ziel geortet. Nordwestlich Ihrer Position. Ja. Ja, äh, guten Tag wolltest du rein. Gut, Flan. Gut, Flan. Gut, Flan. Was ist der? Gut, Flan. Jetzt haben wir ihn übergeschrieben. Halb 10. Sie werden für diese Unverscheintheit zahlen. Dann leg dich hin und guck noch ein bisschen. Halb 10. Hm. Na ja, wie geht's? Komm in deine Garage. Replantage. Hab gehört, wie zocken jetzt Zombies alles rein? Ja, wir sind die Flucht. Dann lass' rausgehen. Wir erzählen was jetzt? Wir müssen den töten, den einen da. Wie lang dauert die Scheiße? Das dauert ein bisschen. Ja, noch ein bisschen stark. Können wir dann überhaupt rausgehen, weil die Leute, die machen doch weiter, eh? Ja, die machen weiter. Wir können einfach raus. Das geht? Kriegen wir trotzdem Punkte? Scheiß auf die Punkte, dann. Ja, dann kannst du jetzt gleich raus. Ja. Wir wollen nicht nur auf Marcel warten, der wir... Was auch immer der da grad macht. Wir machen mal zur Zeitmaschine einfach. Zeitmaschine? Ja. Kennst du? Zeitmaschine? Äh, ja. Ist cool, ist cool. Das ist eigentlich einer der besten. Da ist man ja nur auf einer. Da ist man ja auch einer der besten. Ja, genau, genau. So wie Black Ops, äh, normal halt. Ja, ja. Besser, viel besser, glaub mir. Ja. Gut schon, bleiben wir noch. Eine weitere erfolgreiche Jagd. Heidesfall, Chef. Hoffentlich verstehen Sie die Nachricht. Heidesfall. 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 Hauses. 900. Heidesfall. Ledgehammer Connecting to Call of Duty TM Online Services Punkt Ach, meine Waffe konnte ich ja bei den Teckelpunch Hm, nein, bin falsch Äh, Zombies Du bekommst schon mal meine Waffe upgraden Bei Pekka Punch Nein, ich meine jetzt von der Rarity, weißt du? Ja Das Blut im Schnee Ah, ne, die ist ja normalerweise rot Du kannst ja auf Gold upgraden Und wie, äh, kannst du hier kaufen auf der Map und so? Hast du Waffendinger Fleischfresser neutralisiert Oder von, äh, Bossen oder so kannst du, äh, Legendary Waffen bekommen Ja, das kannst du aber Ja, aber wo kann man das bei der Map kaufen? Äh, da wo Waffendingz ist Wo, äh, ne Waffe abgebildet ist Da, manchmal an der Wand und sowas ist halt ne Waffe, dann Man muss halt gucken, welche Farbe die haben Nein, nicht das Doch Du konntest die Waffen selber noch an der Station tunen Keine Ahnung, wo das sein soll Vielleicht geht das nicht auf Outbreak Sollen wir jetzt raus oder nicht? Komm, komm einfach raus, Jan, komm raus Rico Ja? Sagst du mit? Ja, ich bin dort schon online Okay, dann Oh, ein, das ist komplett besattet Ja, das ist komplett bespannt Ich bin worden, ja, noch eine Ich bin dran, wir Ich bin dran, wir Jank? Ja, bitte? Bist du raus? Ja. Hey, lad mich ein. Warte mal. Skills, Perks, Ammo-Mods. Ammo-Mods. Da brauche ich jetzt nichts an. Hey! Guck, in einem Match, lass mal jetzt Dings spielen. Firebase Z oder so. Oder die Maschine. Ja, Firebase Z ist glaube ich einfacher. Geil, oder? Was? Oder was soll ich mich wählen? Forsaken, Mordetoten, Outbreak. Ne, Outbreak ja nicht. Zeitmaschine. Zeitmaschine. Sein, das ist die Maschine. Das weiß ich nicht. Ich muss sie Jank fragen. Er macht irgendwann mit Zeitmaschine. Zeitmaschine, Olo. Ich hab keinen Plan, was er labert. Die Maschine heißt das. Welche Zeitmaschine? Was glaubst du? Die Maschine steht doch da. Die Maschine, er sagt, er sagt, zwei Maschinen. Haha.